Musik Hier im Ort K. Penterwald, in Treptow, wurde jetzt neulich auch noch das Ärztehaus geschlossen. Die alten Anwohnerinnen und Anwohner sagen, jetzt reicht's. Wir unterstützen sie dabei und sagen, wir kämpfen gemeinsam für einen Einwohnerantrag, sammeln Unterschriften im Quartier, denn wir brauchen eine Nahversorgung, die fußläufig erreichbar ist. Es kann nicht sein, dass hier seit Jahren die Lebensmittelmärkte verschwinden, für Schulen geschlossen werden, Hinterhöfe mit neuen Wohnungen bebaut werden und gar nichts mehr übrig bleibt für das alltägliche Leben, für das schöne Leben im Quartier und deswegen sind wir hier als Linke gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn und unterstützen diese Unterschriftenaktion. Heute geht's los. .